Hey, liebe Community, ich bin Katrin. Ich bin Ersan. Und wir sind hier bei Loch oder Luxus bzw. bewerben uns dafür, weil ich wahnsinnig Lust hätte, nach Dubai zu fliegen und vorher mit Ersan in das Loch zu gehen. Und solltet ihr entscheiden, dass ich im Loch bleibe, dann würde ich das liebend gerne für Ersan tun, weil er in der wichtigsten Zeit meines Lebens, als meine Oma Demenz hatte, für mich da war. Und meine Oma zum Lachen gebracht hat und ja, das war einfach eine unglaublich rührende Zeit, die ich nie im Leben vergessen werde und deswegen würde ich auch für ihn im Loch bleiben. Ja, ich werde dir auch eine kleine Story sagen und zwar, ich habe ihr auch viel zu verdanken. Sie hat mir viel geholfen, zum Beispiel, dass ich mit der Ausbildung angefangen habe, dass ich das zu Ende durchziehe und sie stand immer hinter mir. Sie hat mir viel geholfen, ohne sie hätte ich das nicht gepackt. Deswegen, da sind so viele Sachen, wo ich jetzt viel erzählen könnte, aber ich werde für die auf jeden Fall ins Loch gehen, sagen wir mal so. Loch oder Luxus? Du bekommst, was du verdienst.